Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde, hier Book of Unwritten Tales, Teil 2 und ja, wir probieren jetzt den guten Nate zum Überreden, ob er für uns nicht einen Geist machen könnte. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Äh, kann ich das Bettlaken mit ihm benutzen? Äh, geht natürlich nicht. Und Gulli war einfach... Ich habe mich als Gespenst verkleidet, aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ein wenig. Okay, ja, er sieht schon ein bisschen aus wie der kopflose Reiter. Ähm. Gulli war? Ja? Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Kann ich ihn vielleicht... Vielleicht sollte ich ihn einfach noch ein bisschen bearbeiten hier mit so ein bisschen Blut? Nee. Okay, gucken wir mal, ob wir es einfach so hin kriegen zu spuken. Ja? In Ordnung. Lass uns spuken. Wie soll das gehen? Soll ich in den Laden hineinrollen? Hm. Ich könnte dich tragen. Ein Geist, der getragen werden muss, ist nicht gruseliger als ein Geist mit Füßen. Ich war gruselig. Hm. Aber vermutlich hast du recht. Also gut. Haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Ich hätte ihn jetzt mit... mit... auf Nate drauf... Nate hat in den letzten Tagen immer wieder versucht. Manchmal ist es ihm gelungen. Doch früher oder später hat Timmy sich wieder in Estas Manteltasche ver... Okay, ähm... Einen stecken? Nein. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Hm. Geht auch nicht. Probieren wir mal, ob wir irgendwas davon miteinander kombinieren können. Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir das Ganze hier machen können. Ähm... Der klappt nicht. Der klappt nicht. Der Eisenbolzen dient nur als Vorlage. Ja, ja, ja. Ich könnte zwar... Ja, das haben wir schon. Hm. Ich hab' ja... Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich die... Ja. Silber mit Goldieber. Nee, da gibt's nichts. Auch miss... Um heiße Kohlen mit bloßen Fingern anzufassen, bräuchte ich schon einen... Ja, ist es nicht ein guter Grund hier? Und die hier einfach rausnehmen? Geht auch nicht. Nein. Ach komm, das ist wieder... Irgendein Gedankengang hab' ich jetzt einfach wieder vergessen. Der kleine Kerl könnte mal... Ich kann jetzt auch direkt in den Wald direkt zu der Lichtung gehen. Na gut, das ist ja praktisch. Dann würde ich sagen... Durchsuchen wir nochmal den Wald, ob wir irgendwo eine Möglichkeit haben. Hier war... Die eine Lichtung. Wir gehen einfach mal nochmal ein bisschen durch. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Die leuchtenden... Es gab doch hier diese leuchtenden... Kann ich die irgendwo? Wo waren die nochmal? Miss... Der leuchtende Schlamm. Äh... Kann ich hier... Sollen wir mit ihm nochmal reden? Der Kopfgeldjäger hat die Falle nicht deaktiviert. Vermutlich hofft er auf einen Zufallsfang. Ich sollte mich von der Stelle fernhalten. Es könnte lange dauern, bis mich dieses Mal jemand befreit. Okay. Mit der kann ich jetzt auch nichts miteinander verknüpfen. Nee. Nee. Auch nichts. Nöp. Und der hier auch nichts. Kacke. Dann schauen wir mal hier entlang. Oh, ich bin immer noch nicht... Naja, dieses Mal irgendwie jetzt richtig schön. Ah, hier ist wieder der Baumstumpf vom Eingang. Aber damit kann ich jetzt auch nichts irgendwie verknüpfen. Und hier nach... In die Richtung kam dann die... Ich hasse es. Hier ist nichts. Gehen wir einmal in die Richtung. Wahrscheinlich gehe ich jetzt gerade wunderbar einfach im... Hier ist die Höhle. Gut, vorher sind wir in die eine Richtung. Dann gehen wir dieses Mal in die andere. Okay. Ich würde sagen, wir... Wir erarbeiten uns jetzt mal hier eine Karte. Damit wir das einfach alles wieder schön finden können. Ähm... Ich brauche mal hier einen Zettel. Wo haben wir denn hier was Schönes? Was ich benutzen kann? Dann nehmen wir den hier. Okay. Also. Notieren wir uns einfach mal. Ähm... Aber eher schon mal brauchen wir einen Punkt, wovon wir uns aus... Orientieren können. Ich gehe mal in die Richtung. Da ist wieder die. Gehen wir nochmal hier rum. Und das ist, wenn ich mich richtig entsinne, wieder der Eingang. Jawohl. Also. Das heißt, ich komme aus der Stadt. Oh, wie schreibt man das am blödensten auf? Wir haben immer maximal vier Ein- und Ausgänge. Das heißt, ich habe die Stadt. Und ich komme rein und bin beim Baumstumpf. Hier war die Falle, oder? Nö. Jetzt bin ich an einer neuen Stelle. Ach, hier ist wieder der Kopf. Baumstumpf. Na, das Problem ist halt immer auch mit, ähm... Wie kommt man von der einen Stelle... Also, wenn er an der einen Stelle reingeht und dann auf der anderen rauskommt, dann ist es schon ein bisschen verwirrend. Also, hier ist Baumstumpf. Wenn ich nach... Links gehe... Lande ich beim... Also in dem Fall nach links... Das ist der untere Ausgang. Das ist der obere. Das heißt, wenn ich zu dem hin... Lande ich beim... Ast. Oh. Ich glaube, hier im Wald hat es noch nicht... Ich glaube, ich muss doch wieder zurück in die Stadt. Ich habe keine Map, oder? Nee. Ich durfte doch jetzt langsam wirklich schon alles mir angeschaut haben, irgendwie. Okay, hier ist der Ausgang. Mist, wie kriegen wir das jetzt hin? Kann ich irgendwas mit irgendwas benutzen? Wir gehen nochmal in... In das Gasthaus rein. Ob sich da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit ergibt, eine neue. Ich glaube nicht, dass der Laden gut läuft. Sicher. Ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment von Rüstungen, Waffen, Nahrung und Zaubertränken funktioniert eigentlich immer. Aber wenn der Laden mitten im Nirgendwo steht und es niemanden gibt, der Helden in diese Region schickt, wer soll all den Kram dann kaufen? Nein, ich lade mir. Okay, sie will nicht mit mir reden und was... Also, hier sind wir auch komplett aufgeschmissen. Kacke. Haben wir hier noch irgendwas, was... Eine Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen, wie ich schon zu mehreren Gelegenheiten angemerkt habe. Oh! Ja, jetzt wird's klarer. Das heißt... Es wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit, äh, Dinge zu machen. Allerdings ist die Wäscheleine an einen Haken am Haus geknotet und der ist zu weit oben für mich. Naja, da nehmen wir den Holzstab. Mit dem Stab kann ich den Knoten zwar spielend erreichen, nur öffnen kann ich ihn nicht. Ähm. Wenn man einen Knoten nicht öffnen kann, dann kann man ihn vielleicht zumindest zerschneiden. Das war's. So, wir haben die Schnur, die werden wir wahrscheinlich jetzt... Das einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Beste aus beiden Welten und man kann so ziemlich alles damit machen. Angeln zum Beispiel. Naja, klar. Und jetzt können wir zurückgehen. Oh, nein! Und die ganze Zeit bin ich am, am rumüberlegen, wie wir das hinkriegen können. Ja, aber jetzt ist natürlich klar. Okay. Jetzt geben wir... Nate, den hier? Ne? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Fertig. Okay, dann lass uns gucken. Was meinst du, Boliva? Zeit, dem Bürgermeister einen Schrecken einzujagen? Wir können es zumindest versuchen. Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen! Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber wir kommen wieder! Rausch hier! Okay, ja. Aber sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Wir lassen uns was einfallen und versuchen es noch einmal. Das Kostüm müsste einfach gruseliger werden. Naja, ähm, kann ich da drauf nicht irgendwie noch Blut drauf schmieren oder sowas? Oder es mit irgendwas verbinden? Ne? Ne, geht auch nicht. Goliva? Ja? Ja gut, das haben wir schon gemacht. Wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, dann... Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Wird er was anderes machen. Okay, ja, wir müssen nochmal suchen, ob sich jetzt irgendwas verändert hat. Und ob wir da damit das Ganze... Ich dachte, dieser eine... Dieser eine See, den wir haben... Ihr erinnert euch, wir hatten in der einen Folge so schimmerndes Gezeugs. Wenn wir das irgendwie im Wald obsammeln können, dann wäre es klasse. Einfach zum Beispiel mit dem Laken oder mit dem anderen. Na gut, aber das probieren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann. Bis dann!